Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich seinen Mauszeiger hier farbig hinterlegen oder zum Beispiel auch auf so ein Fadenkreuz hier ändern kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst einmal müssen wir zu unseren Mauseinstellungen kommen. Hierfür am besten hier unten in der Suche einmal Maus eingeben, da wären auch schon die Mauseinstellungen. Oder wir können auch hier auf Start drauf gehen, danach auf Einstellungen, dann hier auf Geräte draufklicken und anschließend hier links auf Maus. Dann sind wir auch bei unseren entsprechenden Einstellungen. Jetzt einmal zu den verwandten Einstellungen hier schauen, dort auf weitere Mausoptionen klicken, hier oben auf den Reiter Zeiger und nun müssen wir schauen, dass das Ganze hier bei normaler Auswahl blau ausgewählt ist, was normalerweise auch schon der Fall sein sollte. Wenn das geschehen ist, gehen wir mal hier unten auf Durchsuchen und jetzt sind wir schon in einer Datenbank drinnen, wo einige Mauszeiger zum Auswählen sind. Wenn ich zum Beispiel etwas weiter runter gehe, dann kommt auch schon das berühmte Fadenkreuz. Ich klicke zum Beispiel mal hier auf Cross E, danach auf Öffnen, da ich dieses auch haben möchte. Jetzt noch auf Übernehmen klicken und schon haben wir unser Fadenkreuz hier ausgewählt. Wenn ich das Ganze wieder rückgängig machen möchte, beziehungsweise meinen Standard verwenden möchte, auf Standard klicken und dann ist hier mein normaler Mauszeiger wieder eingestellt. Farbig hinterlegte Mauszeigers sind in diesem Ordner normalerweise noch nicht drinnen. Diesen habe ich auch schon gedownloadet und wie das jetzt funktioniert, zeige ich dir auch noch. Hierfür einfach mal die Internetseite rw-designer.com-cursor-library öffnen. Diesen Link habe ich dir auch unter dem Video direkt in die Videobeschreibung gepackt. Und auf dieser Seite haben wir jetzt eine riesen Auswahl an den verrücktesten Mauszeigern überhaupt, welche wir uns alle downloaden können. In meinem Fall möchte ich jetzt einfach einen Farbig hinterlegen, weswegen ich mal hier in die Suche reingehe, gebe Highlighted ein, dann auf Suchen klicken und jetzt sehen wir schon lauter verschiedene Mauszeiger, welche einfach mit einer bestimmten Farbe hinterlegt sind. In meinem Fall finde ich diesen hier zum Beispiel relativ schön, der rot hinterlegte, klicke hier drauf und danach muss ich noch auf Download gehen. Das Ganze ist kostenlos, die Datei wird hier runtergeladen und wir können weitermachen. Bei meinen Downloads wurde jetzt diese Datei hier runtergeladen. Das Problem ist nur, dass der Dateiname etwas falsch ist, denn hier dürfen keine Leerzeichen drin sein, sondern nur solche Unterstriche, was mir vorhin schon aufgefallen ist. Und diese Datei mit den Unterstrichen, die unbenannte, muss jetzt einmal in unseren Cursor-Ordner. Deswegen hier mal rechts klicken machen, auf Ausschneiden draufklicken, danach auf dieser PC, am besten jetzt hier oben rechts in der Suche einfach mal Cursor eingeben. Dann sollte normalerweise der Ordner auch schon auftauchen. Das ist der hier jetzt und jetzt kann ich das Ganze mal mit STRG-V einfach einfügen, hier auf Fortsetzen klicken und schon wird mein neuer Pfeil hier richtig eingefügt. Jetzt muss ich nur kurz schauen. Dieser ist jetzt hier ganz unten drinnen. Wenn das geschehen ist, gehe ich nochmal zu meinen Mauseinstellungen rein. Jetzt wieder schauen, das Ganze ist blau ausgewählt. Auf Durchsuchen klicken und schon können wir sehen, hier ist die neue Datei, die ich runtergeladen habe. Klicke drauf, gehe auf Öffnen und jetzt noch auf Übernehmen und schon haben wir auch unseren Mauszeiger, welcher rot hinterlegt ist. Und somit haben wir unseren Mauszeiger auch schon richtig abgeändert. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens noch so eine hochwertige PC-Maus oder auch ein Mauspad zulegen möchtest, dann kann ich dir hier für Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Marken erstellen zum relativ günstigen Preis. Das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in dein Geschäft hierfür fahren. Wenn du dir also eins von diesen Unterschieden zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.